Das All-Star-Game 2017 sucht seine Protagonisten. Du bestimmst mit, wer am 3. Februar in Leipzig gegen die deutsche Handballnationalmannschaft antritt. Jetzt könnt ihr Trainer sein. Ich wähle das All-Star-Team 2017. Diese Trainer stehen zur Wahl. Lubomir Franjes, SG Flensburg-Handewitt, Alfred Gislason, TRW Kiel, Nikolaj Jakobsen, Rhein-Neckar-Löwen, Bennet Wiegert, SC Magdeburg, Markus Bauer, TVB 1898 Stuttgart, Christian Prokop, SC DHFK Leipzig,